ja willkommen mein Name ist Daniel WLB und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Valkyria Chronicles in der letzten Folge haben wir voll aufs Maul bekommen von... ne Quatsch wir haben die Situation entschärft wo wir voll aufs Maul bekommen haben auf den Nadia Ebenen und wir bekommen immer noch voll aufs Maul von diesen Typen hier von denen hier um genau zu sein die würde ich gerne weg haben deswegen naja übrigens WLB ist beinahe tot und das ist nicht so gut deswegen nehmen wir mal Claudia mit marschieren er wird sowieso alles gleich kaputt sein deswegen ja ich stimme nicht operiert oder nicht so ich glaube da kann ich irgendjemand töten warum nicht genau schützelt eigentlich nennen ach ihr habt ja keine der kopf ja verdammt sehr gut komme ich näher mich denen und dann schießen nämlich ab mein gott jetzt voll im Eimer man wollte ja so erstmal voll reparieren vielleicht sehr kann doch ja lassen sollen noch mal aber erstmal machen wir den hier muss man tot sag sag jawoll so muss das ja er lebt noch dem mache ich gleich platt so so da hat der typ vollauer macht mariema nochmal sag ding 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 das ist jetzt voll galt also die funken sind weggegangen okay dann nehmen wir uns dich vor komm mal her so ich hoffe die tauchen nicht alle direkt wieder auf ich kann mich jetzt auch eigentlich hinter ihn schleichen und abknallen von hinten von hinten von hinten von hinten ja hört der tötzschern gerne wir machen jetzt auf der alten mutterart wenn sie ein bisschen dauert ihr habt ja zeit aber wir haben keine punkte man vor allem nicht wenn wir nicht treffen problem ist wenn ich jetzt da rein stürme dann das sehe ich gerne die situation auch nicht mehr retten können leider irgendwie mehr schaden als john ich habe vergessen scheiße verdammt ich habe vergessen die aus der basis heraus zu hoffen man kann sich überwägen das ist ja super ist ja überhaupt nicht nah dran das gehört ganz wieder von vorne los man warum soll man näher auftauchen glaube ich glaube nicht warum kannst du dich nur bewegen nichts gemacht geil konnte es aber aufhören damit der ganze theater wieder von vorne los denn da sowieso immer darauf dass ich mit welchen in diesen massen angriff mache unterbringt überhaupt nichts ob ist sie denn so im war wollte nein hat nichts abgezogen aber egal halt auch mal auf mit dem selbst kommando mein gott nina warum möchte ich nicht schon vor ein genommen ist voll ebenbar irgendwie schon es gibt sogar leute in der entfernung die sie gar nicht treffen will da ist jetzt schon zwei drei parts immer genau dasselbe er verkannt na super wie viel kreuz sind die kreuz markieren übrigens leute gestorben sind an der stelle da sind dann fehler gestorben aber ich denke wir sagen was besonderes normal elite seid und sowas nennen jetzt kommt er schon wieder was willst du denn der panzer der ist im nächsten zug dran die snipe da hinten kommen gleich auch noch nicht ohne was bist ich und sollte hat Kevin und Wendy, ich habe euch total vergessen. Entschuldigung. Welcher, normaler Mensch, schießt er noch direkt auf die Basis. Jetzt kann ich nochmal zurückrennen und die verdammten Leute da wiederholen. Wahrscheinlich mit Dingen, ist hier mit Claudia, weil sie eins geht, die sich irgendwie bewegen kann. Ich erinnere, meine Scouts sind tot. Verdammt, ist der Dreck, Mann. Das ist ein Duo, das sieht man immer noch nicht. Ich muss ehrlich gesagt, erst mal wichtiger, du stirbst. What the fuck? Der fuck ist es. Kannst du die aufsammeln, Saka? Ich mache die Flammen nichts aus, oder? Ich mache die Flammen nichts aus, er kann es ab. Erwählen, wie konnte das passieren? Denk она nicht, auch immer, ich möchte keine Flammen wiederholen oder keine Flammen. genau dann rufen wir noch mal zwei leute zwei dinge dieses mal das sagt ich möchte den panzer mal gerne kaputt hauen ich habe ich bin ich krieg noch in dem zug erwartet wir spawnen dann immer noch welche in aulder im ort auf feuer da kommt schon ja keiner hat munition mehr es ist ein sehr dunkler tag heute ein sehr schwarzer tag heute genau 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 aha wir gehen mir langsam auf mir danke jetzt von mir warum witz des todes glaube ich wer da taucht noch welche auch irgendeiner wird sterben ich sehe das noch kommen da tauchen immer noch welche auf ernsthaft wer sich verarschen ich habe den scheiß panzer kaputt grauen was soll hat da macht aber keinen sinn ich hoffe ich kann jetzt schon gegen die gekämpft müssen wir langsam wissen die haben keine chance man machen das war der tja wie ich sie irgendwie gleich ein bilder er hat seinen eigenen typen kaputt geschossen was macht er denn hat also schon mein niveau er wo sind die was ich die hammer ja scheiße ich bin ich gegen das mikro gekommen oh ja super hier seid ein haufen von millionen schön wow die sitze war keine gefahr ich glaube bloß nicht in dieser stelle wieder bleibe ich will die 12 kaputt und dann gehe ich nach oben ja genau das war schon ein paar marken gerade ich muss nur eine einheit und dann und dann und dann das ganze wieder von vorne an ja oder gar keine und dann stirbt so jetzt kann man ganz gemütlich nach hinten laufen und die schöne hinter uns lassen am besten nur mitten der edle weiß da fuck wo kommst du er willst du mich auf den arm nehmen wo kommt nein nicht die shamrock ich verarschen wenn er jetzt noch einer ist noch ein sniper noch was dann macht gar nichts jetzt kann ich wieder mit claudia zurücklaufen um den zu reparieren ihr könnt mich doch mal könnt ihr euch mal entscheiden welche seid ihr hier kaputt haut ja genau 60 minuten finde ich ist genug und wir sehen uns an der nächsten fall wenn wir nach oben marschieren und hoffentlich die mission dann schaffen ich bedanke mich jetzt schon und sage tschüss